Eine wunderbare Aktion, das sicherlich schönste Tor am heutigen Abend. Ja, zuerst muss man einmal sagen, dass er hier auch eine große Übersicht beweist. Denn er sieht hier den Sprintenden, Anatovic, der auch die Hand hebt und diesen Ball haben will. Und dann kommt ein wirklicher Weltklasse-Pass durch die gesamte Abwehr durch.